Alle fühlen sich leer, ich nicht, alle müssen zum Friseur, ich nicht, alle leiden im Lockdown, ich nicht, alle versumpfen im Zockraum, ich nicht, alle gammeln rum, ich nicht, und alle werden dumm, ich nicht, alle wollen wieder Spaß haben, ich nicht, alle kritisieren die Maßnahmen, ich nicht, warum lasst ihr euch nur so gehen, die Seele braucht Futter und neue Ideen, ich hab mir jetzt das Brotbacken beigebracht, Brotbacken ist leichter als gedacht, warum seid ihr so schlecht drauf, wenn ein Brot wächst, das ist als geht die Sonne auf, Backen ist Liebe und Geborgenheit, Backen ist der Weg aus der Ausweglosigkeit, alle wollen wieder planen, ich nicht, alle wollen sich umarmen, ich nicht, alle haben zu viele Pfunde, ich nicht, und alle holen sich Hunde, ich nicht, alle sind zur Dystopie, ich nicht, oder werden aggressiv, ich nicht, alle wollen wieder auf Feten, ich nicht, ich möchte kneten, richtig, warum seid ihr so abgefuckt, das Leben wird besser, wenn man backt, außerdem gibt es nicht nur backen, sondern auch noch kochen und braten, warum stellen euch die ganzen Verbote immer erlaubt, sind Brote, wenn man uns weiter so auseinander treibt, dann sind Brote das Letzte, was uns bleibt. Warum seid ihr so angestrengt, wie wärs, wenn ihr euch mal selber beschenkt, ich hab mich gestern in Mehl gefälzt und danach machte ich es mir selbst, ich weiß, dass ich euren Hass nicht kriege, denn ich bin geimpft mit Liebe, ist der Inzidenzwert auch noch so weit oben, ich backe euch alle in Grund und Boden, Alter.